Die Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Für viele Teams beginnt jetzt die heiße Phase der Saison oder Sie befinden sich mittendrin. Außerdem kümmern wir uns noch um den Basketball-Nachwuchs. Das heute unsere Themen. Aufstiegskampf Teil 1. Löwen Frankfurt gleich zweimal im Derby gegen die Kassel Huskies. Aufstiegskampf Teil 2. Gießen 46ers gewinnen Krimi gegen Jena. Noch mehr Basketball. Jugendliche kämpfen um einen Platz im deutschen Perspektivkader. Zu Gast im Studio Nachwuchs-Bundestrainer Kai Blümel. Wir starten mit Eishockey. Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Derbys. Und zwar des Hessen-Derbys. Frankfurt gegen Kassel. Am Freitag das Spiel in Frankfurt, am Sonntag dann in Kassel. Und das Ganze war ein ganz heißes Duell. Carsten Breg jetzt mit der Zusammenfassung. Die Löwen mit einem ausgeglichenen Derby-Wochenende. Einmal gegen Dauerrivalen Kassel gewonnen, einmal verloren. Immerhin drei Punkte eingefahren, sowie in der Relegation weiter auf Zweitligakurs. Dazu Dramatik pur und kleine bis größere Nittlichkeiten. Und es gibt immer noch Luft nach oben. Die Frankfurter wissen, was sie noch besser machen können. Vielleicht müssen wir unsere Tormöglichkeiten benutzen. Wir haben viele Möglichkeiten. Der Kassel-Torhüter war sehr stark. Er hat sehr gut gegen uns gespielt. Fast jeden Spiel diese Saison. So, ja, das ist vielleicht ein Ding, wo wir besser spielen können. Am Freitag beim ersten Aufeinandertreffen hatte Frankfurts Trainer Tim Kehler wieder auf Björn Linder im Tor gesetzt. Während Kassel unter der Woche einen Teil seiner Ausrüstung gestohlen vermisst hatte. Die Schlittschuhe aber rechtzeitig wieder auftauchten. Zwei Drittel rannten die Löwen auf das Kasseler Tor an, ohne zählbaren Erfolg. Im Schlussdrittel dann aber endlich klagt Breitkreuz auf Nils Liesegang und der mit dem 1 zu 0. Doch in einem Derby sollte man den Gegner nie abschreiben. Husky-Coach Jürgen Rumrich nahm seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und keine 50 Sekunden vor der Schlusssirene tatsächlich noch aus den Weitschisk mit dem Ausgleich. Verlängerung und Kassel mit einem bereits erkämpften Punkt zumindest am Freitag weiterhin Tabellenführer. In der Overtime wurde es dann hitzig. Schemen Glusanok kann Pascal Schofs nur mit einem Kniecheck stoppen. Nach dem anschließenden Gerangel mussten beide Streithähne vorzeitig vom Eis. In der vierten Minute der Extrazeit dann Lenny Gare aus spitzem Winkel irgendwie durch Freund und Feind mit dem 2 zu 1 Siegtreffer. Frankfurt allein in dieser Saison bereits zum achten Mal Derbysieger gegen Kassel. Ich denke immer gegen Kassel. Ein Sieg ist ein Sieg. Ein Derbyspiel, ein Derbysieg. Kassel ist eine sehr starke Mannschaft. Wenn wir zwei Punkte kassieren können, sind wir besser als eins. Aber wir sind sehr glücklich. Wir haben gekämpft bis Ende in Verlängerung und wir haben gewonnen. Am Sonntag in Kassel mussten die Löwen dann schnell einem 0 zu 2 Rückstand hinterherlaufen. Doch in Sachen Zurückkämpfen stehen die Frankfurter den Huskys in nichts nach. Marton Wass gleich zu Beginn des zweiten Drittels durch die Hosenträger von Husky-Torwart Kai Christian mit dem Anschlusstreffer. Und sechs Minuten vor Schluss David Czespiva aus der Distanz mit dem 2 zu 2 Ausgleich. Frankfurt revanchiert sich für den zu Hause verlorenen Punkt. Nur diesmal ging das Derby bis ins Penaltyschießen. Und hier gab es noch mal reichlich Zündstoff. Brad Snetzinger mit dem vorentscheidenden Penalty. Dann trifft Norman Martens nur den Pfosten. Kai Christian aber verschiebt sein Tor. Doch am Sieg der Huskys gab es nichts mehr zu rütteln. Kassel nun auf Platz 2 der Relegationsgruppe punktgleich mit Tabellenführer Krimicau. Frankfurt dahinter auf Platz 3. Die ersten vier steigen auf. Playoff-Zeit in der Basketball-Liga. Zumindest in der zweiten Liga. Die Skyline ist noch nicht ganz so weit. Aber die Gießen-Fortys-Sixers. Nach der Hauptrunde vierter genießen sie jetzt Heimrecht gegen Jena. Drei Spiele müssen gewonnen werden, um eine Runde weiterzukommen. Am Wochenende stand das Erste auf dem Programm. Ihm hatten die Fortysixers ihren guten Playoff-Start zu verdanken. Miles Hessen. Der Brite bester Werfer gegen ein Team aus Jena, das es den Gießenern in der Sporthalle Ost aber alles andere als leicht machte. Die Thüringer von Anfang an darauf bedacht, das Tempo zu drosseln, ihre Angriffe voll auszuspielen und ihre Zone dicht zu machen. Und damit das schnelle Spiel der Gießener zu unterbinden. Also mussten die Fortysixers es von außen probieren. Immerhin elf von insgesamt 36 Distanzversuchen fanden ihr Ziel. Zudem Anthony Di Lio mit 17 Punkten. Und Stephen Bennett mit 15. Das Team von Trainer Dennis Wucherer, das zu gern wieder in die Bundesliga zurückkehren würde, nach einem Viertel dann doch mit 27 zu 11 in Front, zur Halbzeit mit 46 zu 30. Jena, sonst gern mal für über 90 Punkte gut, legte im dritten Viertel dann doch alle Zurückhaltung ab. Es entwickelte sich ein munteres Hin und Her. Die Mittelhessen, auch dank schöner Körbe, vor dem Schlussviertel noch mit 62 zu 55 in Front. Jared Sim, dann aber bester Thüringer mit 17 Punkten. Science City konnte vier Minuten vor Schluss ausgleichen. 68 zu 68, über 2000 Fans in der Sporthalle Ost am Zittern. Vier Sekunden vor der Schlusssirene die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen, dann sogar mit dem 74 zu 73. Plötzlich schien die Partie komplett gedreht. Sim dann aber tragischer Held mit einem Foul abseits des Spielgeschehens. Miles Hessen mit zwei Freiwürfen. Der treffsicherste Gießner des Abends mit 21 Punkten, auch hier eiskalt. Die 46ers wieder 75 zu 74 in Front. In den letzten Sekunden dann Jared Sim als tragischer Held, Teil 2. Die letzte Chance für Jena setzt der 23-jährige US-Amerikaner an den Ring. Es bleibt beim glücklichen 75 zu 74 Sieg für Gießen. Spiel 1 dieser Best-of-5-Serie im Playoff-Viertelfinale gewonnen. Bereits am Dienstag geht es nach Jena. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich mit folgendem Thema wieder für Sie zurück. Gleich geht es weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Noch mehr Basketball. Jugendliche kämpfen um einen Platz im deutschen Perspektiv-Kader. Zu Gast im Studio Nachwuchs-Bundestrainer Kai Blümel. Gleich geht es weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht es weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow. Früh übt sich, wer einmal Nationalspieler werden will. Ein bisschen abgedrauschen, aber so ist es nun mal. Und das zählt natürlich auch für die Basketballer. Am Wochenende trafen sich die Jahrgänge 2000 und 2001 um so was wie eine Vor-Nationalmannschaft oder wie es genannt wird, ein Perspektiv-Kader. Zu suchen. Bei mir Kai Blümel, Nachwuchs-Nationaltrainer. Wie war denn das Niveau am Wochenende der Jahrgänge? Wir sind sehr zufrieden. Auch wenn ich selber jetzt im männlichen Bereich tätig bin, bei den Mädchen war man fast euphorisch, was das für ein toller Jahrgang jetzt war mit den 2000ern. Und wenn man das gesehen hat, da waren viele große Mädchen dabei. Also die Spiele, die man geguckt hat, das war wirklich ein tolles Niveau. Die Nachwuchs-Bundestrainer und Bundestrainerinnen im weiblichen Bereich sind sehr zufrieden. Wir sind es auch. Wir sehen seit Jahren eine positive Entwicklung, sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Und die hält auch weiterhin an, wenn auch natürlich nicht mehr jetzt so rasant, wie das vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Aber wir haben ein sehr gutes Niveau. Wir haben eine breite Auswahl an Spielern. Und wir waren auch da sehr zufrieden mit dem, was wir am Wochenende gesehen haben. Wie wichtig ist denn so eine Veranstaltung, wie wir sie jetzt am Wochenende hatten, unter dem Deckmantel, heißt ja Talente mit Perspektive? Für uns ist es wichtig, schon früh, möglichst früh die Talente, vor allen Dingen die hochtalentierten Spieler zu sehen. Deshalb auch mit 13 Jahren schon diese erste Sichtung, nenne ich es mal, obwohl es keine richtige Sichtung ist. Aber es ist wichtig, dass wir schon sehen, welche Spieler sind da, die man vielleicht dann schon ein bisschen beraten und besonders fördern kann. Wo man schon ein bisschen gucken kann, frühzeitig die Trainingsinhalte zu beeinflussen, im Hinblick dann auf spätere Leistungen im Juniorenalter, im Männeralter, wenn es dann darum geht, Nationalmannschaft zu spielen. Also da ein bisschen Einfluss nehmen zu können. Und je früher wir das können, umso besser, denke ich, ist das für uns auch als DBW. Muss man da vielleicht auch manch einem Athleten schon sagen, der wirklich, ohne es despektivisch zu meinen, beim Kleinstverein noch trainiert, vielleicht auch dort schon den nächstgrößeren Verein aufzusuchen? Diese Pfade muss man da sicherlich schon versuchen zu legen. Also wenn wir da ein herausragendes Talent sehen, das bei einem sehr kleinen Verein spielt, dann ist es natürlich nicht zwingend notwendig, dass er sofort wechselt. Aber man muss das, denke ich, dann schon langsam vorbereiten, dass man den Eltern und dem Jungen oder dem Mädchen sagt, du musst jetzt schon mal gucken, in den nächsten zwei, drei Jahren dich örtlich zu verändern. So leid das dann für den abgebenden Verein mir auch tut. Aber das ist wichtig, dass wir da die Jungs und Mädchen in Programme bekommen, wo sie entsprechend ihrem Talent gefördert und trainiert werden. Sie haben eben auch die Eltern angesprochen. Wie wichtig in so einer Entwicklung oder auch in der Kontaktsache, wenn man sagt, wir haben da ein großes Talent gesehen, wie geht man da auch mit den Eltern um? Na gut, man sucht das Gespräch mit ihnen. Man sucht auch natürlich herauszufinden, was für eine Perspektive die Eltern in ihren Kindern sehen. Das kann manchmal sein, dass sie Perspektiven haben, die vielleicht nicht so realistisch sind, positiv. Oder man hat halt überhaupt keine Idee. Dann versucht man zu beraten. Aber man sucht schon herauszufinden, was die Eltern für eine Vorstellung haben. Und versucht mit ihnen gemeinsam da Wege zu finden, wie man das irgendwie... Weil es ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn man dann einen Standort suchen muss, der vielleicht nicht mehr in fahrtechnisch einfacher Entfernung ist. Dann muss man gemeinsam Lösungen finden, weil auch da das Familiengefüge auch für die Jugendlichen oft noch eine große Rolle spielt. Und man, wenn man es falsch angeht, da auch etwas kaputt machen kann. Und aus einem Talent, das man früh gesehen hat, dann vielleicht doch nichts wird, weil er in der neuen Umgebung nicht zurechtkommt. Es gab Vortuniere. Am Wochenende waren sozusagen schon die Besten der jeweiligen Jahrgänge da. Und aus denen sollten nochmal die Besten zwölf rausgefiltert worden. Und wir schauen uns jetzt mal an, was am Wochenende los war bei Talente mit Perspektiv. Und die! Das sind sie, die besten zwölf Mädchen des Basketballjahrgangs 2000. Sie konnten die Bundestrainer von sich überzeugen. Doch egal ob nominiert oder nicht, das ganze Wochenende hat nicht nur viel Talent gezeigt, sondern hat einfach Spaß gemacht. Also es war sehr schön, um mit allen gemeinsam da zu sein. Und es war sehr witzig, auch anstrengend, aber es hat echt Spaß gemacht. Vor allem bei den Nachwuchsbasketballerinnen war das Niveau extrem hoch. Und es waren wirklich einige vielversprechende Talente dabei. Diese gilt es jetzt natürlich richtig zu fördern. Denn eine Nachwuchshoffnung zu finden, ist die eine Sache. Aus ihr mehr zu machen, eine andere. Ich glaube, es geht ganz viel darum, dass wir das Talent, was wir haben und was wir auch schon seit Jahren eigentlich bei diesen Veranstaltungen vorweisen, dass wir uns darum kümmern können. Dass wir da zusammenarbeiten und dass es uns endlich einmal gelingt, Vereine, Verbände und Dachverband unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, wir haben hier ganz, ganz tolle Mädels. Das ist der Jahrgang 2000. Und da packen wir alle gemeinsam mal an und machen das Beste daraus. Und dann, glaube ich, haben diese Mädels eine großartige Zukunft. Und dann werden wir auch was schaffen. Und wenn uns das nicht gelingt und jeder sein Zeugs weitermacht, dann haben wir große Probleme. 48 Mädchen hatten sich für das Finale am Wochenende qualifiziert. Und hier mussten die Bundestrainer die Besten der Besten heraussuchen, um sie für den Perspektivkader zu nominieren. Die, die es geschafft haben, für die bedeutet es Motivation pur. Also für mich bedeutet es, angenommen zu sein und zu wissen, okay, ich muss jetzt noch mehr machen auch und dass ich schon auf einem guten Weg bin. Auf einem guten Weg sind alle, die am Finale teilgenommen haben. Denn auch wer jetzt nicht nominiert wurde, kann seine Karriere natürlich noch machen. Denn so manch ein gestandener Nationalspieler hat erst mit 15 oder 16 in seinen großen Sprung gemacht. Aber wo liegt denn der Unterschied zwischen den Mädchen und den Jungs? Also ganz allgemein hier sind wir natürlich ein Jahr älter im weiblichen Bereich. Von daher glaube ich, dass das spielerisch schon etwas mehr entwickelt ist. Ich glaube insgesamt, dass der Sport vieles gemein hat, männlich und weiblich. Dass aber das spielerische, das Zusammenspiel, das Mannschaftstaktische eine etwas größere Bedeutung im weiblichen Bereich hat. Und das Individuelle und die Athletik einfach eine größere Bedeutung im männlichen Bereich hat. Und beides ist seine Attraktivität und beides macht das einfach zum ganz tollen Sport. Auch für die Jungs, die alle aus dem Jahrgang 2001 stammen, ging es um einiges. Auch hier stand für jedes Team, welches nach der Vorqualifikation bunt zusammengewürfelt wurde, drei Spiele an diesem Wochenende an. Nervös waren sie alle, denn nicht jeden Tag kommt der Herren-Bundestrainer beim Spiel vorbei. Also am Anfang ist man erstmal ein bisschen nervös, aber es geht dann. Also wenn man im Spiel drin ist, passt das schon. Die unterschiedliche körperliche Entwicklung war bei den Jungs nochmal größer. Und dementsprechend ist es natürlich auch noch schwerer, die besten Zwölf herauszufiltern. Ja, das ist wirklich interessant. Wir sind ja jetzt, einige sind noch länger dabei als ich, wir sind jetzt acht Jahre dabei. Bei dieser Sichtung jetzt auch im siebten Jahr. Und es ist wirklich interessant zu verfolgen, welche von den Spielern, die wir vor sieben Jahren gesichtet haben, dann mal welche, wo die jetzt spielen und wo die ankommen und so. Es ist sehr schwer, aber da gibt es natürlich auch viele Sichtungskriterien, die wir so kennen und wonach wir schauen. Die Top 3, 4, 5 Spieler, die finden alle raus. Aber dann gerade so die, die dann danach kommen, da gibt es viele, die schon wichtig für die Beurteile haben, ist auch das Trainingsalter. Und einige spielen schon jahrelang, andere fangen jetzt erst an. Und gerade die, die ein bisschen größer werden, die sind muskulär noch nicht so weit, als sind sie athletisch hier, können sich nicht so in Szene setzen und das muss man alles mit berücksichtigen. Natürlich sind die Nachwuchstalente noch weit, weit entfernt von einem Einsatz in der Bundesliga. Aber sie bringen schon mal die richtigen Voraussetzungen für eine mögliche Karriere mit. Und auch die Trainer am Wochenende versuchten natürlich in der kurzen Zeit, ihre Basketballer noch weiter auszubilden. Also den einen Vorteil, den man an der Stelle hat, man hat durch zwei Vortuniere ja schon die Möglichkeit gehabt, ein paar von den Jungs zu sehen und die schon mal in Aktion zu haben. Natürlich ist es was anderes, als wenn man die als Vereins- oder Verbandstrainer ein bisschen länger unter sich hat. Aber man kann da schon ein paar Stärken, die sich die Kinder erarbeitet haben, finden und sehen und auch an denen arbeiten und halt auch die ein, zwei Kleinigkeiten finden, wo man ihnen sagen muss, an denen Sachen müsst ihr noch weiterarbeiten. Und an der Stelle konzentriert bei der Sache bleiben. Das geht dann schon. Am Ende waren die Nominierten einfach froh und glücklich dabei sein zu dürfen. Und schon mal einen ersten Schritt in Richtung Nationalmannschaft gemacht zu haben. Alle anderen sollten sich durch die Nicht-Nominierungen motivieren, noch mehr zu trainieren. Talent hatten alle, die am Wochenende vor den Bundestrainern vorspielen durften. Und Spaß hat es jedem Einzelnen auch gemacht. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, jetzt ist es tropisch! Also jede Menge Talent, was wir gesehen haben. Wie schwer ist es denn, aus allen, die jetzt am Wochenende schon noch mal vorgespielt haben, da wirklich die zwölf Besten herauszufiltern? Naja, das ist natürlich schwierig, weil wir uns auch sicher und dessen bewusst sind, dass bei den Zwölfen drei, vier dabei sind, die man hätte auch nicht nehmen können. Und dann vier, fünf andere, die man hätte nehmen können, die man nicht nominiert hat. Das ist immer so eine Gratwanderung. Und sicherlich kann man das gerade in dem jungen Alter nur ganz schwer wirklich objektiv einschätzen, wie die Talentlage in der Zukunft dann tatsächlich sein wird. Aber es ist auch klar, wir haben, denke ich, immer die fünf, sechs besten Talente, die haben wir auf jeden Fall dabei. Und die geht es auch letztendlich am meisten, dass wir die lokalisieren und dann entsprechend mit denen weiterarbeiten können. Wie schwer ist es denn auch, wenn wir jetzt die Bilder gesehen haben, da sind gerade bei den Jungs noch welche dabei. Die sind noch relativ klein und schmächtig. Andere sind in der Entwicklung schon deutlich weiter. Wie schwer ist es denn auch, so Faktor, Stichwort Priorität, Pubertät mit einzubeziehen? Na gut, also da gibt es ja vor allen Dingen erst mal das Geburtsdatum, was für uns eine große Rolle spielt. Wir haben jetzt den Jahrgang bei den Jungs 2001 da gehabt. Und es ist nun so, dass, ich sage mal, 70 Prozent der Teilnehmer dort irgendwann zwischen 1. Januar und 31. August geboren sind. Aber man muss insbesondere auf die gucken, die spät im Jahr geboren sind, weil die natürlich, wenn ich jetzt mal im schlimmsten Fall ausgehe, da ist einer spät im Dezember geboren, der ist fast ein Jahr jünger als der Älteste, der da ist. Und das muss man berücksichtigen. Und natürlich gucken wir auch auf die Anthropometrie. Das heißt also, wie ist er gebaut? Wie könnte die Prognose aussehen, was die Körperhöhe angeht? Einbeziehen, Eltern, sind die Eltern groß gewachsen? Steht zu erwarten, dass der Junge spät noch wachsen kann? Also das sind Dinge, die wir natürlich damit einbeziehen, um das ein bisschen zu objektivieren. Aber auch da, das ist nicht immer einfach und auch da kann man nicht immer richtig liegen. Auch wenn es ein bisschen gemein ist für die Leute, die nicht ganz so groß sind, aber man muss mittlerweile sagen, im internationalen Geschäft hat selbst ein kleiner Aufbauspieler heute kaum noch eine Chance. Also es ist sehr, sehr schwierig. Man muss schon extrem gut, extrem athletisch, extrem schnell sein, sehr gute basquelerische Fähigkeiten haben, um mit einer Körperhöhe von 1,80 bis 1,85 Meter international mithalten zu können. Also wenn man selbst nur die Aufbauposition nimmt und wenn man guckt im Männerbereich, es gibt da ganz wenige, die unter 1,90 Meter sind und die da wirklich spielbestimmend sind. Das ist leider so. Das hat sich so inzwischen ausgebildet und die Spieler, die früher mit zwei Metern relativ behäbig waren, die bewegen sich heute so wie früher die Spieler mit 1,80. Sind genauso schnell, springen genauso und deshalb ist das für einen kleineren Spieler heute viel, viel schwieriger. Und deshalb ist das ein ganz wichtiges Merkmal, so leid man das für viele sehr talentierte Jungs tut. Aber es spielt halt einfach eine gewichtige Rolle. Und es muss ja auch nicht jeder Basketballer Nationalspieler werden, geht sowieso nicht. Wir wollen gleich noch allgemein weitersprechen über den deutschen Basketball-Nachwuchs, machen eine zweite kurze Pause. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen über Basketball, genauer gesagt über den Basketball-Nachwuchs. Wir hatten eben schon bei Talente mit Perspektiven, sind die Jahrgänge 2000, 2001 jetzt mit dabei gewesen. Wenn wir über den Nachwuchs im Allgemeinen in Deutschland sprechen, wie stehen wir denn da im europäischen Vergleich? Wir entwickeln uns sehr positiv. Vor fünf, sechs Jahren war es noch so, dass wir in allen männlichen Bereichen, also Altersklassen, U20, U18, U16, immer so an der Grenze waren, in der A-Division zu verbleiben. Wir haben im Basketball-Europa eine Division A, eine Division B und da gibt es Auf- und Abstieg. Und wir waren immer so an der Grenze, schaffen wir es in der Division A zu bleiben oder abzusteigen, sind wir inzwischen etabliert. Bei der U16 waren wir die letzten drei Jahre unter den ersten Acht, einmal sogar Fünfter vor zwei Jahren. Bei der U20 waren wir bei den letzten, bei den Europameisterschaften vor zwei und vor drei Jahren Fünfter, waren jetzt letztes Jahr nur Elfter. Aber da war verletzungsbedingt ein Spieler wie zum Beispiel Dennis Schröder nicht mit dabei, der der Mannschaft sicherlich sehr geholfen hätte, eine deutlich bessere Platzierung zu erreichen. Einziger nur U18, da knarzt man momentan ein bisschen rum. Ist der Kader nicht betreut, muss ich jetzt auch so ehrlich sagen, dass wir da leider nicht so erfolgreich sind. Ist auch ein schwieriges Alter, weil so die Spieler auf der Schwelle sind von Jugendbasketball zum Männerbasketball und sich orientieren. Das macht manchmal ein bisschen Probleme. Aber ich denke auch da, wir haben sehr viele Talente gewonnen. Und wenn wir jetzt gucken auf die Jahrgänge 92, die jetzt in den A-Kader reinkommen, 96, der jetzt in 14 Tagen das Albert-Schweizer-Turnier spielen wird, oder auch 98, der aktuelle U16-Kader, das sind sehr viele Spieler, die sehr talentiert sind, auch im europäischen Vergleich schon sehr gut gespielt haben. Also uns ist nicht bange. Wir haben, denke ich, einen sehr guten Nachwuchs für die Zukunft und werden da in den nächsten Jahren, glaube ich, auch sehr von profitieren. Es gab ja vom Deutschen Basketballverband etliches, was man in den letzten Jahren verändert hat. Was war das alles? Das Wichtigste war die Einführung einer Nachwuchs-Bundesliga. Das heißt U19, dass Spieler U17, U18 und U19 in einer Bundesliga in vier Divisionen spielen. Das Niveau dadurch, der Spiele deutlich besser wurde. Dann haben wir vor vier Jahren das Ganze ergänzt mit einer Jugend-Bundesliga. Also in dem Bereich, Altersbereich U16 wurde ebenfalls eine nationale Liga installiert. Dadurch ist insgesamt das Niveau gestiegen. Hinzu kommt, dass die Bundesligisten deutlich mehr in der Nachwuchsarbeit investieren, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Professionelle Strukturen haben, die meisten mit zwei hauptamtlichen Nachwuchstrainern arbeiten, die Qualität des Trainings besser geworden ist. Also insgesamt sowohl von Verbandsseite als auch insbesondere von Bundesliga-Seite dort wesentlich mehr getan wird. Und eben gerade diese Nachwuchs-Bundesligen uns sehr helfen. Das sehen wir daran, dass wir, wenn ich jetzt mal U18 als Beispiel nehme, wenn wir dort das Sichtungsturnier oder das Sichtungscamp machen. Früher hatten wir 30 Spieler, aus denen wir mehr oder weniger ausgewählt haben, wo wir gesagt haben, da sind zehn dabei. Also 31 bis 40. Naja, das ist okay, aber die hätten jetzt nicht unbedingt da sein müssen. Ist es so, dass wir inzwischen 48 Spieler da haben, die alle sehr gut mithalten können, die alle eine realistische Chance haben, in den Kader zu kommen. Also die Breite ist deutlich größer geworden. Und wie lang und steinig ist der Weg von einem Talent mit Perspektive bis im Extremfall bis zum A-Nationalspieler? Der ist sehr lang. Der ist vor allen Dingen auch deshalb sehr steinig, weil es einem selbst sehr viel liegt, was man aus seinem Talent macht. Das ist so ein bisschen das größte Problem, die mentale Disposition der Spieler, die Bereitschaft, mehr zu tun als andere. Das ist nicht nur im Basketball so, das ist bei allen, was man hochtalentiert macht, ob das Musik ist oder andere Dinge. Ich muss mehr tun als andere, um so ein Ziel zu erreichen. Und da ist es für viele schwierig, dran zu bleiben. Das zu schaffen, ist eigentlich die Hauptaufgabe der Jugendlichen, ihre Ziele sich zu setzen und mit letzter Konsequenz daran zu arbeiten, diese Ziele dann auch zu erreichen. Dann hoffen wir, dass uns um den Basketball-Nachwuchs in Zukunft nicht bange sein muss. Ich denke, Talente sind etliche da. Und wie Sie es eben so schön beschrieben haben, muss jeder erst mal selbst daran tun, dass er sich selbst erst mal darauf vorbereitet oder selbst das Leben eines Profis überhaupt annehmen möchte. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg in der Nachwuchsarbeit. Danke Ihnen für den Studiobesuch. Danke auch. Liebe Zuschauer, das war es wieder von der Sportshow. Wir sehen uns nächste Woche wieder zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Die Sportshow wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.